Challenges beim Einsatz von AI, das sind immer die Daten. Einerseits die Qualität und die Struktur der Daten, sind die Daten überhaupt repräsentativ für die Realität und für das Problem, das wir uns anschauen in der Supply Chain. Und auch die Struktur liegt jetzt überhaupt in richtigen Formen vor. Und deswegen empfehlen wir eigentlich jedem Unternehmen, die entsprechende Expertise und in die Pflege der Daten zu investieren. Das lohnt sich.